Kannst du dir vorstellen, das allmächtige römische Reich auf seinem eigenen Territorium in Italien zu besiegen? Spartacus vollbrachte dieses außergewöhnliche Kunststück aus einer extrem benachteiligten Position heraus, denn er war nichts weiter als ein Sklave. Er versammelte eine Gruppe von Ausbrechern und Sklaven um sich, um gegen die römische Armee anzutreten und eine Schlacht nach der anderen zu gewinnen. Aufzeichnungen und Zitate von Historikern wie Plutarch und Apian von Alexandria deuten darauf hin, dass Spartacus höchstwahrscheinlich in Thrakien geboren wurde, einer Stadt im Norden des mazedonischen Gebiets. Spartacus war ein Dorf in Thrakien und da es damals üblich war, dass römische Sklaven nach ihrer Herkunft benannt wurden, erhielt Spartacus wahrscheinlich diesen Namen als der Gladiator wurde. Sein richtiger Name ist jedoch unbekannt. Menschen aus Thrakien waren bei den Römern sehr verpönt, denn sie hielten alle, die aus dieser Region kamen, für Barbaren und nicht geeignet, in einer fortschrittlichen Gesellschaft wie der römischen zu leben. Plutarchs Beschreibungen zeigen jedoch, dass Spartacus nicht mit diesen thrakischen Stereotypen vergleichbar war. Der Historiker schrieb, dass Spartacus mit bemerkenswerter Intelligenz und Scharfsinn begabt war und wies auch auf sein extrem hohes Kulturniveau hin. In Plutarchs eigenen Worten, Spartacus war mehr Grieche als Thraker. Aber hier beginnt die Geschichte von Spartacus zu verschwimmen, denn es gibt keine genauen und zuverlässigen Aufzeichnungen über sein Leben in Thrakien. Vermutlich begann er als Schafhirte, aber das war im alten Thrakien kein leichter Job. Er musste sich mit Wölfen, Bären und Banditen herumschlagen, was in ihm den Drang zum Kämpfen geweckt haben könnte. Spartacus wandte sich deshalb von seinen Tieren ab, um Soldat zu werden. Die Schriften von Apian von Alexandria liefern nur spärliche Informationen und besagen lediglich, dass Spartacus ein Thraker war, der irgendwann in seinem Leben gegen die Römer kämpfte und dann besiegt, gefangen genommen und in die Sklaverei verkauft wurde. Aus den Aufzeichnungen des Historikers Publius Agnius Florus erfahren wir hingegen, dass Spartacus ursprünglich ein römischer Söldner war, der der Republik in einigen Legionen direkt als Hilfssoldat diente. Auxilare waren nicht römische Soldaten, die leichtere Waffen benutzten und zusammen mit den Legionen kämpften. Wenn das wirklich der Fall war, würde das erklären, wie Spartacus sich ein gründliches Wissen über die Kriegsführung der Römer aneignete, das er mit verheerender Wirkung gegen sie einsetzte. Publius Florus beschrieb, wie Spartacus Dienst als Soldat irgendwann durch Vorwürfe der Desertion und des Diebstahls ruiniert wurde, was dazu führte, dass er aufgrund seiner körperlichen Fähigkeiten zum Sklaven und später zum Gladiator wurde. Aber Plutage gibt einen ähnlichen Bericht ab wie Publius Florus, was diesen Bericht untermauern könnte. Doch Plutage fügt noch ein paar Details hinzu. Ihm zufolge war Spartacus ein Soldat, der für die Ehre und den Ruhm Roms kämpfte, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt aus unbekannten Gründen überlief. Interessanterweise wurde er nicht alleine gefangen genommen, denn der Historiker erzählt uns, dass der thrakische Krieger mit seiner Frau zusammen war, als er gefangen genommen wurde. Er beschreibt diese Frau außerdem als Prophetin des thrakischen Volkes. Spartacus, der nun ein Sklave war, befand sich auf der untersten Stufe der römischen Gesellschaft, da Sklaven oft ein erbärmliches Leben führten. Die meisten dieser Menschen, die nach den Feldzügen im 2. und 1. Jahrhundert vor Christus nach Rom verschleppt wurden, waren für die römische Wirtschaft äußerst nützlich und wurden in der Landwirtschaft oder im Bergbau in Orten wie Sizilien und Süditalien eingesetzt. Die Arbeitszeiten waren zermürbend und die Menschen wurden sehr hart behandelt. Nach römischem Recht war ein Sklave kein Mensch, sondern ein Stück Eigentum. Die Besitzer konnten ihre Sklaven ohne rechtliche Konsequenzen misshandeln, verletzen oder sogar töten. Obwohl es viele verschiedene Arten von Sklaven gab, mussten die untersten und zahlreichsten Sklaven, die auf den Feldern und in den Minen arbeiteten, ein Leben lang schwere körperliche Arbeit verrichten. Aber die Unterdrückung, die die Römer diesen Zehntausenden von Sklaven zufügten, hatten tiefgreifende Folgen. Zwischen 135 und 104 vor Christus kam es in Rom wegen der Sklaven zu zwei großen Krisen. Es waren der Erste und der Zweite Sklavenkrieg, die sich hauptsächlich in Sizilien abspielten. Zehntausende von Sklaven waren des täglichen Leids und der ständigen Unterdrückung überdrüssig und nahmen den Kampf gegen die römische Macht auf sich. Sowohl der Erste als auch der Zweite Servilenkrieg war letztendlich erfolglos, da die Aufständischen zwar zahlreich, aber schlecht strukturiert waren und kaum Chancen auf einen Sieg hatten. Und obwohl die Aufstände der römischen Republik Probleme bereiteten und es mehrere Jahre dauerte, bis sie endgültig niedergeschlagen wurden, sah der Senat diese Ereignisse nicht als Bedrohung an. Sie glaubten, dass eine professionelle und gut ausgebildete römische Armee niemals von einem Mob rebellischer Sklaven besiegt werden würde. Diese sorglose Haltung der römischen Eliten sollte jedoch bald ein Ende haben, als der Dritte Servilenkrieg begann. Spartacus hatte alle Merkmale eines Gladiators. Er war ein harter Kämpfer, geschickt im Umgang mit Waffen und nach dem Gesetz bereits zum Tode verurteilt. Die Leute, die für seine Gefangennahme verantwortlich waren, beschlossen, ihn als Gladiator zu verkaufen, um die Massen in den Arenen zu begeistern. Spartacus und eine Gruppe von Männern fanden sich in der Schule von Lentulus Batiatus wieder, die dafür bekannt war, Gladiatoren für die Aufführungen für die Menschen in Kapua vorzubereiten. Lentulus Batiatus war ein bekannter Lannister, der für die Ausbildung von Gladiatoren für Arenenkämpfe zuständig war. Spartacus und seine Gefährten wurden einem strengen Training unterzogen, bei dem sie Kampftechniken lernten und ihre Fähigkeiten verbesserten. Doch Spartacus hatte viel größere Ambitionen, als einfach nur die Gladiatorenkämpfe zu überstehen. Er begann, eine geheime Allianz unter den anderen Gladiatoren zu bilden und überredete etwa 200 von ihnen, sich zusammenzuschließen, um der römischen Macht zu trotzen und ihre Freiheit zu suchen. Im nächsten Video dieser Reihe erfahren wir mehr über diesen Aufstand, der den dritten römischen Soldatenkrieg auslöste. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du keine Videos verpasst und es zu liken, wenn dir der Inhalt gefallen hat.